hallo zusammen schön dass ihr da seid es gibt den sommer über ein neues format bei needle engine und zwar gibt es einen vlog über all die dinge die ich im sommer rund um das thema patchwork quilten und kleine nähprojekte hier veranstalte wenn ihr neu auf diesem kanal seid fühlt euch herzlich eingeladen mitzumachen und mitzukommen und das erste was hier in diesem sommer sonnenschein super tollen blog passieren wird ist wir räumen auf aber wir räumen nicht irgendwas auf wir räumen unsere stoffe auf ach und nach den ferien nach dem sommervlog wird es dann weitergehen mit dem lone star quilt für den haben wir schon die schon einen stoff bundel an jelly roll streifen zugeschnitten und auch das wird jetzt erst mal einen platz in unserer kiste finden wo auch immer wir fangen einfach mal an es gibt sehr sehr viele möglichkeiten stoffe zu sortieren und ich habe mich ganz lange bemüht das super professionell hinzubekommen manche schaffen das alles in einer farbe oder nach motiven oder nach firmen ich habe es bisher nie so geschafft ich sortiere meine stoffe das heißt wenn ich meine kisten sortiert habe sehen die immer noch total chaotisch aus aber ich sortiere meine stoffe nach ideen ich habe hier ein bisschen was an kisten hingestellt und zwar sind das die kisten an die ich immer gerne direkt rankommen möchte die ich immer direkt erreichen möchte es gibt dann noch die kisten die gut verstaut sind und es gibt dann noch die stoffe die versteckt habe weil mich sonst sie dafür verrückt hält dass ich noch mehr stoffe gekauft habe wir legen los ich bin nicht schnell im stoffe sortieren ich habe hier übrigens schon mal angefangen ich habe mir schon da zwei stoffe zusammengelegt die mir sehr gut gefallen wird das ist jetzt drei stunden her und schon geht das debakel los ich weiß am anfang überhaupt nicht wo ich irgendwas hinpacken soll wir fangen mal einfach an manche stoffe sind auch schon so ziemlich knubbelig was ich auch okay finde die stoffreste die ich hier gerade zusammen lege das sind die stoffe die habe ich in dem quilt as you go quilt verarbeitet diese stücke sind so klein geworden dass sie keinen platz mehr in dem quilt as you go finden manche haben dann immer genau das gleiche format fände ich toll hätte ich gerne schaffe ich nicht ja und das ist ein hintergrund stoff der ganz anders verarbeitet wird den möchte ich gerne als hintergrund für ein quilt haben und das sind reststücke vom quilt as you go also wird das schon mal definitiv eine andere einen anderen platz bekommen ach hier guck mal hier habe ich ein bisschen was ausprobiert das jetzt die frage lasse ich das dran oder entferne ich das wieder ich denke das entfernen wir hier mal eben ist auch nur green lässt sich ganz schnell entfernen so das ist jetzt wirklich ein sehr schmales stück das kommt später in die restekiste und das hier können wir nun noch mal falten und das legen wir einfach hierzu das macht schon mal sinn dafür machen wir einen extra stapel die habe ich zusammen geheftet ich denke mal die werde ich irgendwie brauchen nein die sind übrig geblieben von meinem windspiel quilt die lege ich dann mal darüber die hatte ich zu viel zugeschnitten es ist auch spannend wie viele geschichten unsere stoffkisten erzählen die beiden stoffe hier zum beispiel das sind stoffreste die habe ich mal in kassel gekauft und zwar wohnte meine tochter in kassel und das erinnert mich immer an unsere gemeinsame zeit in kassel das heißt die stoffe werde ich auf jeden fall zusammen verarbeiten und die werde ich auch immer zusammen aufbewahren denn für mich gehören diese stoffe vom kopf her zusammen und dann habe ich noch eine kiste die ich schnell zur verfügung haben möchte und in dieser kiste habe ich zum beispiel einen ganzen berg timeless treasure und die sind so toll ist gar nicht wo man anfangen soll ich stelle es noch mal zur seite und was gar nicht wo man da beginnen soll ganz ganz viele wunderschöne stoffe und zusätzlich zu den stoffen eine große kiste mit ganz wunderschönem stickgarn das wird ein extra video das wird definitiv ein extra video das ganze habe ich geschenkt bekommen von Ute Kiewitt und Ute Kiewitt konnte leider mit dem hobby nicht mehr weitermachen und hat mir all ihre schönen stoffe geschenkt so dass wir die hier in diesem kanal verarbeiten können ein bisschen was habe ich an meine schwester weiter geschenkt ich blende euch ein paar bilder ein ich habe versucht das in wenigen bildern festzuhalten das ging gar nicht die bilder sind deshalb auch sehr chaotisch aber ich blende euch die hier ist jetzt gerade blende euch die einfach mal mit ein es sind wunder wunderschöne stoffe und super tolles nägern für das extra video liebe Ute ganz herzlichen dank für deinen riesengroßen schatz und ich werde jetzt nach und nach schauen dass wir das hier bei needle engine würdig verarbeiten werden und so hat jeder stoff eine geschichte und eine erinnerung und ich möchte beim sortieren die erinnerungen erhalten ich möchte die ideen konservieren und ich möchte wenn ich irgendeine schublade aufziehe möchte ich dass mir die idee direkt wieder einfällt und nach diesen gesichtspunkten werde ich jetzt versuchen meine stoffe zu sortieren das heißt ich brauche stunden das heißt ich wird eigentlich gar nicht fertig und das heißt meine lieben werden jetzt tagelang gefühlt tagelang um die stoffe herumlaufen ich weiß nicht habe ich mal erwähnt ich habe kein nähzimmer ich benutze das ganze haus legen wir los welche erfahrungen habt ihr mit dem aufräumen von stoffen folgt jeder einem genauen prinzip oder macht ihr das eher so hey da ist noch ein schöner stoff so wie ich gefühlte 100 jahre später und meine kisten sind aufgeräumt okay das ist so nicht wahr die kamera war aus und meine tochter kam und hat mir geholfen wie gut wenn man eine erwachsene tochter hat ein paar stoffe hat sie auch zusammengelegt das sind stoffe bei denen sie doch das passt so farblich ganz wunderbar und da werden wir mal sehen was uns zu diesen farben noch einfallen wird also bleibt das jetzt einfach als offener posten hier auf einer der kisten liegen damit wir da sehen was sich daraus entwickelt hier so ganz außen in der ecke ist nun meine fertige jelly roll hingekommen die ich zugeschnitten habe damit wir den lohnstar daraus arbeiten können das wird nach den ferien passieren hier habe ich stoffe die habe ich jeweils so als bundle bekommen daraus möchte ich ein feuerwerk quilt arbeiten ich habe ihn schon probeweise aufgezeichnet und ich hoffe dass wir den irgendwann im herbst dann gemeinsam arbeiten können ich weiß es noch nicht ich habe schon so viel vor gehabt und die zeit rennt immer schnell und es ist ja immer nur ein video in der woche mehr ist ein bisschen knapp das schaffe ich dann nicht so wirklich ich versuche es immer aber es geht dann auch immer daneben wenn ihr super gerne quiltet und patcht und zwischendurch merkt mensch ich brauche eine pause schaut mal vorbei bei dem kanal von elisabeth diy mit elisa sie macht einen podcast und zeigt was sie so in der woche alles arbeitet und sie macht ganz viele unterschiedliche dinge und zwischendurch näht sie und vielleicht ist da für euch eine idee dabei schaut einfach mal bei diy mit elisa vorbei ich mache das immer ich verpasst keine folge ich werde jetzt meine kisten wieder in den schrank räumen schaut in der nächsten woche wieder herein dann seht ihr die zweite folge von unserem sommer video vlog jetzt wünsche ich euch eine wunderbare woche blatt gesund und glücklich und denkt daran was immer auch passiert einfach weiterquilten bis zum nächsten mal tschüss